Das ist schon wieder eins von den Betroffenheitsvideos, wie sie jetzt massenhaft auf die sozialen Medien unterwegs sind. Wir wollen keine Predigten halten, wir wollen nicht unnötig nur ein schlechtes Gewissen machen oder sonst irgendwelche Sachen. Wir haben uns gedacht, wir sind jetzt alle in einer wirklich, wirklich schwierigen Situation. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Menschheit hat schon oft schwierige Situationen gehabt und sie hat allen gemeistert. Es hat auch schlimmere Situationen gegeben als die heutige. Auch wenn wir aktiv, also ich kann mich in meinem Leben nicht an irgendetwas Schlimmeres erinnern, aber wir wissen in der Geschichte, dass es schlimmer gewesen ist schon. Wir werden es backen, wir werden es durchstehen, wir müssen jetzt geduldig sein, aber wir brauchen vor allem auch ein bisschen Humor. Wenn man den Humor nicht verliert, selbstverständlich ist ganz wichtig, gerade bei solchen stressigen Situationen wie die, in denen wir jetzt sind. Und wir möchten mich einfach mit einem Lied daran erinnern. Im Weltuntergang hat man uns schon oft und oft und oft vorausgesagt. Und es ist deutlich durch allem weitergegangen und es ist unter dem Strich auch allen wieder aufwärts gegangen und besser geworden. Und das ist eigentlich, was wir eigentlich so umwählen. Und wie man sagt, Lachen ist die beste Medizin. Ganz genau. Es holt schon, sagt früher die Propheten, Bedeßleitlen gibt's für Späten. Dätigpsinnen in ein Joach, Kracht auf derter Himmelohr. Weltuntergang, Weltuntergang, jetzt wart man immer lang. Weltuntergang, Weltuntergang, jetzt wart man immer lang. So gar der alte Luthermachtel mit seiner Kut und mit seinem Bartel. Der hat's geschrien, der hat's geschrien, jetzt geht's gar zschinden, doch Herr wird Wert ins Gar verbringen. Weltuntergang, Weltuntergang, jetzt wart man immer lang. 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 Weltuntergang, 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 jetzt wart man immer lang. Jetzt hat uns das Virus troffen und jetzt können wir allein mehr hoffen. Jetzt nicht um einander grändeln, bleibst doch um, was denkt die Handeln. Mit Geduld und frischem Mut wird am Ende alles gut. Weltuntergang, Weltuntergang, vor dir risch mir nicht bang. Weltuntergang, Weltuntergang, du dauerst immer lang. Weltuntergang, Weltuntergang,cómo, wo du zu demonstrierenramatischen Vielen Dank.